Ich habe mir in der Zwischenzeit mal die Webseite von der e-Vergabe-Plattform aufgemacht. Wir befinden uns hier auf der e-Vergabe-online.de, also die e-Vergabe-Plattform des Bundes. Wir wollen jetzt signieren, dazu brauchen wir den Signatur-Client. Den finde ich in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen, nämlich einerseits für die Vergabestellen. Hier finden wir den Signatur-Client für Vergabestellen. Den wollen wir nicht benutzen, sondern wir benutzen natürlich den für Unternehmen. Unter dem Punkt Unternehmen, Anwendung, finden wir hier den Signatur-Client für Gita. Der Browser liest jetzt aus, mit welchem Betriebssystem ich unterwegs bin. Richtigerweise bin ich hier mit einem 64-Bit-Windows unterwegs. Ebenfalls finden wir den Signatur-Client für Linux oder für Mac OS. Ich werde jetzt hier einfach mal diesen Signatur-Client für die 64-Bit-Version von Windows ausführen. So, das heißt, was jetzt im Hintergrund passiert ist, dass ich beobachten kann, wie sich der Fortschrittsbalken von links nach rechts bewegt. Und wenn das gleich der Fall ist, dann sehen wir uns wieder. So, ich klicke auf OK. So, den Setup-Assistenten werde ich mit Weiter bestätigen. Ich entschließe mich jetzt hier für die Produktionsplattform, klicke also dementsprechend auch auf Weiter. Der entsprechende Installationspfad wird mir hier angezeigt. Verspüre ich den Drang, das irgendwo anders zu installieren, dann wäre jetzt die Möglichkeit über Durchsuchen halt einen anderen Pfad auszuwählen. Ich bestätige den Installationsort mit Weiter. An der Stelle ist noch die Frage, ob ich ein Desktop-Symbol entstellen möchte oder nicht. Ich entschließe mich jetzt einfach mal dafür und sage Weiter. So, die Installation ist fehlerfrei durchgelaufen. Ich möchte jetzt den Signatur-Client gleich direkt starten. Das tue ich, indem ich hier auf Fertigstellen klicke. Grundsätzlich ist es so, dass nach dem Start von dem Signatur-Client erstmal geprüft wird, ob eine aktualisierte Version vorhanden ist. Das heißt, ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit, mit einer veralteten Version zu arbeiten. Normalerweise haben wir PDF-Dokumente in einem Speicherort, in einem Verzeichnis, in einer Struktur, an einem Serverort, wo jetzt verschiedene Personen darauf zugreifen können. Ich habe hier einfach mal ein PDF-Dokument auf meinen Desktop gelegt. Das ist eine relativ alte Datei. Die kommt noch aus einer Zeit, als die Vergabestellen von den Bietern halt verlangt haben, auch die Eigenerklärung einzeln zu signieren. Wir schauen uns dieses Dokument einfach mal an. So, nach wie vor ist es halt so, dass diese PDF-Dokumente quasi gleich aufgebaut sind. Wir haben oben halt das Geschäftszeichen. Ich habe mir jetzt hier einfach mal dieses Geschäftszeichen 123abc ausgedacht. Die Texte der Eigenerklärung brauchen uns heute einfach mal nicht zu interessieren. Ich fülle das Ganze im Endeffekt aus mit hier und heute. So, und jetzt möchte ich dir ganz einfach mal zeigen, wie du auf eine falsche Art und Weise eine Signatur setzt. Und zwar, wenn ich jetzt hier draufklicke, so, dann habe ich mir hier an dieser Stelle schon zwei Signaturen eingerichtet. Das eine ist tatsächlich eine richtige, echte Signatur, wie sie sich gehört. Also, ausgegeben hier von D-Trust. Die ist dementsprechend auch noch gültig. Hier unten habe ich mir eine digitale Signatur einfach mal ausgedacht. Das habe ich getan, indem ich hier auf neue digitale ID geklickt habe und dann neue digitale ID erstellen geklickt habe. Das ist natürlich grundverkehrt. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt eine gültige, eine echte Signatur nehmen würde oder eine ausgedachte Signatur nehmen würde, dann würde im Hintergrund dieses Adobe-Logo in der Signatur erscheinen. Und das ist ein sehr, sehr deutliches Zeichen, dass dieses Dokument auf die falsche Art und Weise signiert worden ist. Dementsprechend ist dieses Dokument halt ungültig. Das heißt also, hier ist es höchstens mit einer Willenserklärung getan. Allerdings solche Sachen wie beispielsweise Identitätsprüfung oder sowas hat hier natürlich nicht stattgefunden. So, das heißt, ich breche das ab. Ich möchte es jetzt an dieser Stelle zeigen, wie es richtig geht. Das heißt also, ich habe hier schon Ort und Datum ausgefüllt. So, dieses Dokument möchten wir gleich signieren. Ich habe den Signatur-Client jetzt gestartet. Der Signatur-Client selber besteht auf der Oberfläche tatsächlich nur aus drei Schaltflächen. Signatur-Client beenden. Dieses Icon, das kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Signatur prüfen. Das kommt eigentlich nur dann in Frage, wenn ich als Bieter eine signierte Datei erhalte. Diese signierte Datei hat mir dann die Vergabestelle geschickt. An der Stelle kann ich halt prüfen, ob die Signatur der Vergabestelle entsprechend auch gültig ist. Was uns heute am meisten interessiert, ist das Signatur erstellen. In diesem Pop-up wählst du die zu signierende Datei aus. Das muss also ein PDF-Dokument sein. Ich habe es mir hier auf den Desktop gelegt. Normalerweise liegt es bei dir in der Angebotsordnerstruktur. So, ich klicke hier einfach auf Öffnen. Und normalerweise würdest du auch die signierte Version von dieser Datei an einem anderen Ort abspeichern, gemäß deiner Angebotsstruktur. Ich entschließe mich jetzt einfach mal dazu, die nicht signierte Variante mit der signierten Variante zu überspeichern. Das heißt, hier unten haben wir den gleichen Pfad. So, ich klicke auf Weiter. An der Stelle habe ich die Möglichkeit, mir anzusehen, was ich denn da gerade im Begriff bin, zu signieren. Das ist also keine Überraschung. Genau das, was wir vorhin auch gehabt haben. Hier habe ich die Möglichkeit zu sehen, welches Signaturfeld ich mit dem Begriff bin, zu verwenden. Und solange ich noch kein Signaturfeld ausgewählt habe, bleibt der Fertigstellen-Button ausgegraut. Das heißt, ich klicke jetzt hier einfach mal auf Signatur-B-Unterstrich. Der Fertigstellen-Button wird scharf geschaltet. Dementsprechend klicke ich dort drauf. Der Signer startet. Jetzt haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder mit einer Signaturkarte signieren oder mit einem Softwarezertifikat. Ich habe mir hier ein Softwarezertifikat einfach mal auf den Desktop gelegt. Eine Signaturkarte würde natürlich einen Kartenleser bedingen. Der ist jetzt hier an meinem Rechner nicht angeschlossen. Meine Signaturkarte habe ich gerade nicht zur Hand. Deshalb benutze ich hier dieses Softwarezertifikat. An der Stelle würde ich Datei öffnen anklicken, um meiner Signaturkomponente zu sagen, welches Zertifikat, welche Signatur hier verwendet werden soll. So, anschließend gebe ich das Passwort ein. Ich klicke auf Weiter. So, und diese ganzen anderen Schaltflächen, die wir jetzt hier sehen, die kann ich quasi hartnäckig ignorieren, Signaturkarte suchen. In dem Moment könnte ich mich jetzt noch dazu entschließen, doch die Signaturkarte zu benutzen oder ein anderes Softwarezertifikat zu benutzen. Ich könnte mir jetzt anschauen, was genau Bestandteil von diesem Zertifikat ist. Rote Schrift ist ja normalerweise nichts Gutes, aber in diesem Fall heißt es einfach nur, dass es sich um eine fortgeschrittene Signatur handelt, also richtigerweise erkannt, dass diese Signatur eben dateibasiert ist. Dieses Schlüsselzertifikat könnte ich entsprechend speichern. Ich könnte jetzt an der Stelle zurückgehen oder abbrechen. Das wollen wir natürlich nicht. Also mit anderen Worten, diese ganzen Schaltflächen hier können wir hartnäckig ignorieren. Das, was ich jetzt an dieser Stelle halt tun muss, ist das OK drücken. Da haben wir jetzt eine Voransicht. Das heißt also, das ist das Dokument, was ich im Begriff bin, zu signieren. Ich habe auch hier nichts mit diesen Schaltflächen zu tun. Entsprechend geht es auch wiederum rechts unten auf den Signieren-Button. So, wenn ich jetzt runterscrolle, sehen wir hier eine Vorabansicht. So würde also die signierte Version von diesem Dokument aussehen. Das möchte ich tatsächlich machen. Deshalb klicke ich hier auf Bestätigen und die Erfolgsmeldung, das Dokument konnte erfolgreich signiert werden, klicke ich entsprechend mit OK weg. Ich habe euch mal gezeigt, wie richtig, gültig und rüttelfest sozusagen signiert wird. Wir wollen uns an der Stelle ganz einfach noch mal ganz kurz anschauen, wie jetzt diese Signatur aussieht. So, wir sehen, dieses Pop-up kam vorhin nicht. Durch das Dokument wurden erweiterte Funktionen im Adobe Reader aktiviert. Das hat was mit der Signatur zu tun. Wir sehen hier oben auch, es gibt bei mindestens einer Unterschrift Probleme. Das hat ganz einfach was damit zu tun, dass diese Art und Weise des Signierens mit dem Adobe Reader nicht 100% kompatibel ist. Nämlich diese Prüfroutine im Adobe Reader funktioniert mit dieser Signatur ganz offensichtlich nicht. Ich sehe jetzt im Hintergrund dieses E-Vergabelogo, stellen wir uns ganz einfach mal einen Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin in der Vergabestelle vor. Die sehen dieses Dokument, sehen das E-Vergabelogo im Hintergrund und wissen auf den ersten Blick, dass es sich hierbei um eine gültige Signatur handelt. Selbst wenn hier oben der Hinweistext kommt, es gibt mindestens bei einer Unterschrift Probleme. Wir können jetzt ganz einfach mal diese Signatur prüfen. Das wollen wir auch gerade mal tun. Das heißt, ich würde jetzt das zu prüfende PDF-Dokument auswählen. Das liegt bei mir auf dem Desktop. Heißt entsprechend Eigenerklärung, Zuverlässigkeit. So, fertigstellen. Das heißt, der Signer, die Signaturkomponente, prüft dieses Dokument jetzt. Ich kann jetzt an der Stelle halt auch prüfen, ob dieses Zertifikat möglicherweise zurückgerufen wurde, indem ich hier einfach mal eine Online-Zertifikatsprüfung durchführe. Das Ergebnis der Zertifikatsprüfung ist, dass das Zertifikat entsprechend gültig ist. So, das heißt, das Zertifikat wurde nicht revoked, also nicht zurückgerufen. Und die Signatur ist mathematisch korrekt. Das bedeutet, dass nach Setzen der Signatur dieses Dokument entsprechend nicht mehr verändert worden ist.